In dem Gutacht steht, dass er mit Ritalin wesentlich ausgeglichener wäre. Haben Sie das mal genommen? Nein. Aber ich. Mama hat fast alle Drogen ausprobiert. Kinder, die Menschen in Schränke sparen, sind nicht normal. Aber Frau Schmidt ist kein Mensch. Ich könnte tot sein, du bist aber nicht tot. Ich bin bereit fürs Leben. Was meinen Sie dazu? Hier drin ist er sicher, dass ich ihn nicht umbringe. Das wirst du wirklich für mich tun. Wenn du bei 10 nicht draußen bist, dann ruf ich die Polizei. Sie haben ihn rausgelassen, weil er bei dir wohnen kann. Glaubst du, ich habe keine Probleme oder was? Ist schon Freitag? Du bist nur so fett geworden. Ja, ich liebe dich auch. Zieh dich aus. Was? Oben. Oh mein Gott. Sieht aus wie Hansi Hinterseer. Ja? Castingshow. Second Chance. Wir lieben deine Songs. Wir wollen dich unbedingt. Ich habe sonst nie Glück. Wir sind alle bei dir. Ja, ich fahre alleine. Wir wundern dich, das halten doch immer zusammen, wenn es hart auf hart kommt. Ich habe hier nochmal eine Chance und du machst sie mir gerade kaputt. Es tut mir leid. Du bist die Einzige, die erkannt hat, wer ich wirklich bin. Sehten Sie, dass Sie so richtig stehen? Jetzt steht er doch eigentlich ganz gut. Danke für den Hinweis. Du brauchst Menschen, die dich lieben. Liebe muss man können. Ich habe dich lieb bis zum Mond, Mama. Mimi Wunderlich! Wir lieben interessante Familien. Wir sind nicht interessant. Wir sind Psychos. Umso besser.